ja hallöchen weiter geht's mit soma ja wir haben die komponenten für den kampfanzug zusammen beisammen und können jetzt in den nächsten toten körper schlüpfen so gesehen mal schauen wie man das hier ich denke mal hier aktivieren und dann können wir abtauchen ok ganz einfach ja ja gut wir sind ja sowieso so gesehen nur eigentlich verstand war sie auch hier schon den leblosen körper dadurch strukturgel zusammengehalten jetzt fast würde ich sagen da geht die frequenz nicht so naja das ist alles du kannst jetzt in der pilotseite ich habe alles unter Kontrolle so please hausse sorry about any this should be a like that new picture with the most expensive camera in the world you know indians thought photos would steal their souls Vielleicht auch die falsche Art, wo ich verstanden habe. Das ist eigentlich eine Seele gespeichert auf dem Computerchip. Kann man auch sagen. Das ist einfach schön. Ohne Kopf, wollen wir vorgemerkt. Es ist das gleiche, wie vorher. Kathrin, warum ist er immer noch zu sprechen? Das ist so, Horace, du kennst das. Was meinst du? Du kennst das nicht magisch. Du sprachst, der Simon in der Seine wurde sprachst. Und jetzt bist du hier, wie Simon in Toronto lebte. Verdammt, Kathrin. Zwei Simons? Es kann nicht zwei Simons sein. Was denkst du, was passiert? Dass du mein Geist nehmen und es in eine andere Körper, wie ein Tränsprache. Entschuldigung, es würde nicht so funktionieren. Du verstehst, wie es das ist. Bitte, ich wollte nicht sagen. Wie erwartet du mich zu reagieren? Bitte, stop. Du bist schade. Du bist schade. Du bist schade. Du wirst ein paar Tage. Und dann, was? Du wirst in diese schade aufwärtspannend? Alle in der alleine? Das ist so schade. Du willst du mit ihm machen? Du wirst dir Freunde? Du wirst ihn wissen, dass wir ihn nicht hinterlassen, wenn wir in die Abyss? Was, wenn... Was, wenn er nicht braucht, um zu werten? Du wirst das? Ich weiß. Ich weiß. Vielleicht. Nein. Das ist schon... Da. Ich setze es für dich. Halt den Switch, wenn du seine Batterie willst. Er wird in einem Moment sterben. Ich hätte auch das Programm am Anfang löschen sollen, ne? Wo wir gemerkt haben... Ähm... Ja, das war's. Unserer alten Form. Ähm... Rein theoretisch könnte man ja noch jederzeit in einer anderen Form zurückkehren, ne? Ich fühlte mir jetzt gerade mal diese Blow-Pause, so wie ich sie genannt habe, ein. Die habe ich jetzt nicht gelöscht. Im Nachhinein wäre vielleicht das doch die bessere Entscheidung gewesen. Naja... Schon gruselig genug, dass man jetzt von einem toten Körper in den anderen reinflutscht, ne? So gesehen. Oder eine leblose Hülle, besser gesagt. So. Aber, äh... Also, Catherine nicht vergessen. Wäre natürlich geil. Der Abstieg ohne Catherine. Einfach mal hier lassen. Adios. Und das... Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir noch überhaupt irgendeinen Lebenden antreffen. Oder vielleicht, ob die Mutation noch weiter geht. Haben wir ja gesehen bei der Ratte. Zum Beispiel. Oder halt, ähm... Unsere mechanischen Freunde. Das Mischmasch davon. Jetzt? Oh, jetzt wird gespeichert. Ui, 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 ui. Was ist denn? Ach so, das ist einfach so ein Ausgang, ne? Ähm... Ich glaub... War hier das rot, ist das egal, oder was? Ah, da ist ne Leiter. Ähm... Könnte man von hier aus nicht mal ganz schnell gucken, ob da irgendwas anders ist. Äh, ich kann mir vorstellen, dass beides der gleiche Pups im Endeffekt, ne? Ich glaub, ich kann genauso gut hier runter gehen. Oh, also muss ich hier nicht irgendwas starten? Oh, da fliegt wieder einer von unseren Freunden. Glauben die Türlei jetzt mal einfügen, ne? Und da? Passagiere, Minimum. Und dann? Let's go, oder was? Hinsetzen wahrscheinlich jetzt, ne? Naja, das reicht nicht. Ach, da ist ein Hebel. So, mal. Ah, jetzt. Oh. Ach, guck mal. Guck mal. Wenn was? Los geht's mit der Willenfahrt. Ich bin bereit. Verdammt. Geht immer noch nicht. Ich muss das Ding bestimmt selber runterziehen, ne? Hallo? Hä? Nee, hat damit nichts zu tun. Was? Was? Passagiere ein, hab ich doch gemacht. Da wird wieder Zugüber. Geht doch. Ich denk schon, hä? Ja, oder doch nicht. Wahrscheinlich irgendwie beim Abwenden nochmal drangekommen oder irgendwie so. Ja? Ja? Ja. Ja? Ja? Was? TENSOR-KONTAKT-WASCHFELD Christ, this is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind. Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I had never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan a hundred years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Uh. 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 Was geht jetzt ab? Boah, das wollte ich gerade aussagen. Kath? Kath? Hello, Kath? What happened? Das wollte ich gerade aussagen mit dem Zeitreisenden, denn das macht ihn trotzdem zum Zeitreisenden selber halt so, ne? Sau irgendwo. Cool. Aber, ja gut. Andere Zeitzone vielleicht, oder zum anderen Zeitpunkt. Ähm. Gibt bessere Zeitpunkte halt, ne? Als zum Weltuntergang wach zu werden. Eie, was ist das denn hier? Schon sehr tief waren wir jetzt. Hat man gerade Anzeige gesehen. Ein schwarzes Loch stand da auch. Ähm. Ja. Jetzt geht's. Strom ist weg. Komplett. Äh. Scheiße. Ich meine, er hat seine guten und seine schlechten Seiten so gesehen, das Ganze, was hier abgelaufen ist. Also, den Traum haben wir viele sich, ich sag mal, einfrieren zu lassen zum Beispiel und dann später wach werden. Ist auch jetzt einfach mal später. So. Zeitepoche ist ja völlig wurscht. Hallo. Hä? Achso. Falsche Seite. Stumpf. Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? Oh. The power blacked out for a moment. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry. It should hold. Comforting. It will hold. Ja. Sehr gut reden. ¿Cast ISST 17 R Bibleurs? Hast du Zeit tut? Hast du Zeit? 분위f geht untertäuschmaster oder handelschar. Hast du Zeit? Hast du Zeit nicht gerecht? Hast du Zeit? Hast du Zeit nicht gemelt? Hast du Zeit nicht Accordingen? Hast du Zeit eine Schwung? Hast du Zeitung nicht länger professionally?" Hast du Zeit als Open? Kind, wenn du Zeitlerst du Zeit chargeaclessch confortesst? Und was größer ist, dann長 uns Moderatorn zu frühemheim, indem ich data zu sich. Meine Erfahrung ist mehr als ein ever-changing Moment, das nie wirklich scheint zu finden. Es klingt ein bisschen wie ein Film, die in einem live-editeten Leben zu finden. Ich glaube so. Ich glaube, es klingt spannend, aber es bleibt mich wirklich aktiviert, bis zu dem Punkt der Exhaustion. Es ist schwer. Es könnte besser sein. Es könnte ein Zeitraveller sein, der in einem Körper aus schwarzem Gou. Das wäre das Beste. Irgendwas steht da mit Schwarze Loch. Ich habe gerade schon gesehen. Ich wollte es immer sagen, aber dann will ich hier nicht unnötig unterbrechen halt. Schon wieder. Aber diesmal ist das anders. Was? Oh nein. Alter. Wie kam der denn? Ja, das war der, der uns, wo wir den Anzug vorbereitet haben, sich versucht hat, mit uns in Verbindung zu setzen. So, denke ich mal. Oder zumindest das Ding, was in der Mitte stand, in der Kammer. Ja. Oh, gut, du bist zurück. Was hat denn? Was hat denn? Was hat denn? Was hat denn in der Nähe gebrochen? Das hat dich sofort rausgebracht. Das hat mich zu mir. Es sieht wie ein Mann. Ein von Wow-Kreaturen. Es hat nur einen Moment auf dich, und dann hat sich selbst in die Abiss. Es hat gesagt, es würde sich in die Präparationen machen. Ich mag das Geräusch. Ja, zur Not einfach neu hochladen, ich habe das Programm ja nicht gelöscht. Das wir nur noch machen von vorne alles abmachen. Es sieht aus, wie wir in den Ocearen befinden. Gut, nicht sicher, dass die Klärmer es viel länger dauern kann. Okay, so, das ist der Omega Sektor. Es ist ungefähr ein Acker des Abissal Plans, die benutzt von Pathos 2. Ich erwarte, dass wir ein paar walkingen, bevor wir nach Hause kommen. Du hast hier noch nicht gesehen? Nicht in einer Weise, dass wir uns helfen können. Ich denke, dass du hier bist. Wir folgen in deinen alten Gehirn, Kat. Wenn ich in den Gehirn habe. Wir könnten hier noch mal irgendwoher sein, technisch. Du kannst mich nicht daran erinnern. Es freaks mich aus. Aha. Das findest du dann gruselig, ne? Ja. Wenn ich hier ein Versuchskaninchen oder was? Ich glaube, die Frage ist schon längst durch, so gesehen. Nicht Versuchskaninchen, aber Endstufenkaninchen oder irgendwie so. Fehler, Luma Link zum Rufen der Aufzahlung. Schon Fehlermeldungen sind natürlich wieder supi. Alter, was? Ist das ein Gewitter? Oh Gott. Das ist einfach nur so eine Basis, ne? Ähm. Ein Gewitter, so klar müsste das nicht total gedämpft sein, wenn das überhaupt physikalisch möglich ist. Dass man das so klar hört. Hört sich zumindest an wie so ein Gewitter, ne? Oder wird ein Metall was so berstet. Berstet und biegt. Biegt und berstet. Das kann man nicht. Kann man auch nicht. Scheitert. Evakuiert. Transport der Arche. Ich hab jetzt Alan Wake. Ich hab jetzt Alan Wake. Aber steht gar nicht, ich stand Alan Warbeck. Oder Walbeck. Alan Wake auch Jorden. Ne, das ist auf jeden Fall ein Gewitter. So klar. Boah, das ist ja gruselig. Also irgendwie auf so eine andere Art und Weise. Geht gar nichts mehr, ne? Alles putt. Putt und hinüber. Ich glaub ich kann einfach, boah, die Lichtern folgen oder was? Oder what? Ja, ich denk schon, das ist wieder so ein getriggerter Event, ne? Laufen, laufen. Nicht vor Panik ersaufen. Hallo. Boah, trotzdem, irgendwas ist hier vielleicht wieder, ne? Man soll ja nicht umsonst hier rumlatschen. Wieder Background, Info und so weiter. Oder einfach gar nichts. Ne, in dem Fall gar nichts. Müll. Ja, das kommt hundertprozentig vom Kometen, da kann ich mir jetzt schon denken. Ausmaße hier werden immer heftiger, ne? Hier war ich schon, oder? Ja, der war da vorne. Ähm, Tau. Keine Markierung, wo wir jetzt gerade sind, oder? Eigentlich aber links, würde ich sagen. Links auf der Karte, schätzungsweise. Feuerquallen. Sehen echt interessant aus, sehr farbenfroh. Schon auch verändert worden. Was ist das als Kopf? Jesus, did you see that? Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarah. He'll know what to do. Ross, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path. We need to go back. I know where to go. Come on. It's over there. The light is over there. Final push, Ross. Almost there. We just... Oh! Das Vieh mit dem zerrissen hat ist bestimmt noch hier unten, ne? Ich habe das jetzt rein zufällig gesehen, dass das... Oh nein. Warte mal. Nein, fuck. Ja, I see. Stick to the lamplights, they won't go near them. Weg davon. Das ist gut, aber wenigstens, ob man das so abbrechen kann, ne? Hatte ich nicht mal eine Taschenlampe oder so? Sag ich doch. Dreieck. Bringt ja nicht viel hier unten. Was? Red. Red leads to the climber und blau zu Tau. Okay. Alles klar. Aber wenigstens einen kleinen Ansatz. Gewitter wird immer stärker. Alles akustisch. Oh, ob ich sehe gerade? Haha. Wir machen die nächsten Fahrt weiter, Freunde. Ähm, ja. So sieht's aus. Wir sind auf jeden Fall scheinbar ganz nah dran und wir werden wohl irgendwie gleich ganz gewaltig überrascht, habe ich den Eindruck von so einem, ja, Minimum von diesem Ding, was gerade im Käfig reinkam, ne? Unter anderem. Ich bedanke mich auf jeden Fall aber fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und Abend. Bis bald.